Die Kulturhauptstadt Ruhr 2010 ist um eine Attraktion reicher. Der Neubau des Volkwangmuseums in Essen öffnete heute seine Pforten für das Publikum. Das Gebäude des britischen Architekten Chipperfield wurde der Stadt von einer Stiftung geschenkt. Es beherbergt Kunst aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Das Volkwangmuseum ist eine der wichtigsten deutschen Sammlungen für moderne Malerei. Bis morgen Abend ist der Eintritt frei.